Hier ist auch so ein Punkt da, da kann man sich hinstellen und die spawnen hier eigentlich nicht. So, die lassen uns gleich was gefallen. Such weiter. Immer festhalten. Weißt du, das ist so cool, er kann so reden, weißt du, aber wenn wir drauf gehen, ist ja eigentlich sein letzter Punkt. Der hier hat die Codes. Los, suchen wir die Anlage. Ein bisschen trollen wir den Pascal, wenn wir Truhen finden. Das gebe ich offen zu. Wir nehmen uns die dann manchmal einfach mit, ohne ihm was davon zu sagen und versuchen es dann auch immer so offensichtlich zu verheimlichen. Geister und Hüter sterben wie niemals zuvor. Das sind so ein paar kleine Sachen. Die Steuerung der Satellitenanlage ist im nächsten Sektor. Ja, er hat auch mal die Truhe aufgemacht und bin noch nicht mal da. So... Aaaaaah... Das wird ihn noch ewig verfolgen, glaube ich. Oh, warte, habe ich eigentlich diese... die... Ich nicht. Boah, du... du bist so clever. Was denn, Mann? Ich habe meine Nichte, ich habe meine Nichte zu Besuch. Was erwartest du? Wenn du das hörst, ne? Und zufällig das in ein paar Jahren guckst. Ich habe dich lieb. Nähe an uns der Steuerungsstation. Das ist sie. Oh, das ist ja nett, Thomas. Danke. Oh, ne. Ich werde dich gleich als erster wiederfinden. Auch wenn Pascal lange vorher gestorben ist. So, so sehr mag ich ihn. Natürlich werde ich Pascal umgehend helfen. Ich werde jedem helfen, der meine Hilfe braucht. Auch den Gegnern, wenn sie Hilfe brauchen. Ich habe Hunger. Ich bin der Schluck. Und jawoll. Übermut. Tut selten gut. Bitte immer wiederbeleben. Pascal ist gestorben. Wie kann das nur passieren? Ja. Ja. Mann. Ja, klar. Herr Scharfschütze. Ich hab Schutze. Ich habe Scharfschütze. Ich habe die Scharfschütze. Mein Scharfschütze ist mein linkwerk. Ich habe die Scharfschütze, ich habe sie nicht zu fliegen. Wie ihr seht, wenn ihr Glück habt und ihr überlebt das, dann bekommt ihr sofort volle Geschmack. So, jetzt hier, Alter. Trainer aus Borderlands lässt grüßen. Alter, unsichtbare. Okay, jetzt an. Das ist die Steuerung. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. Okay, kommunizierende Kryptosysteme. Kennensatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Warte, ich tanze auf seiner Leichen. Die Anlage, sie öffnet sich. What? Unglaublich. Oh. Sie wird aktiviert. Abschiffe der Schaum? Los, auf sie! Ja, ich bin tot. Pascal. Ja, das könnte wieder eine Niederlage sein. Von allen Feindlichen. Thomas ist der Einzige, der noch lebt. Und die Schaum kommt auf ihn zu. Und, äh... Zehn. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Null. Und wiederbeleben. Und ich spare noch für dich. Ja, passt. Ja, passt. Und der den Gegner geht. Wow, wow, wow. Das war kein Problem, Alter. No problem at all. Ja, voll easy, Junge. Viel, zwei. Schon andere. Die. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das musst du dir ansehen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Alte Aufzeichnungen. Wieso habt ihr sowas? Vielleicht nicht? Stücke. Na geil. Weil wir Klasse haben. Ha, hab ich auch. Ich hab drei Sachen. Alte Aufzeichnungen, Waffe und Rüstung. Haha. Ich hab mehr Klasse jetzt. Was wartest du jetzt sagen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Die wirklichen Gewinner haben weniger als die anderen. Lollipop, Lollipop, Lolli, Lolli, Lollipop. Das war ein spontaner Anfall. Tut mir leid. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Im Landeanflug. Ein goldenes Raum. Und dann noch ein richtig hübsches blaues. Eine blaue Version. Das war's. Passt mal aus, ob sie sagen, wie das geschieht. Da kriegst du nicht mehr die, ey.